Musik Ich arbeite bei GHD Kunststofftechnik. Wir produzieren Interieur- und Exterieur-Bauteile wie Kühlerschutzgitter, Zierleisten, E-Tafeln für die Automobilindustrie. Vor dem Einsatz von Authentic war es für uns sehr schwierig, unsere Prozesse effizient zu überwachen und Verbesserungspotenzialen zu erkennen und zu analysieren. Wir brauchen ein System, worüber wir unsere Rückverfolgbarkeit der Bauteile, unsere Sicherheit und Transparenz, unsere Prozesse gewährleisten. Über Authentic zeichnen wir bis zu 196 Parameter auf und die Prozessdatenänderungen werden auch konstant aufgezeichnet, sodass unsere Produktion dadurch transparent wird. Unsere Heile-Datensatzverwaltung über Authentic gibt uns die Sicherheit, dass an der Maschine nur noch Einstellungen verwendet werden können, die zuvor von einem Anwender zum Beispiel geprüft und freigeben wurden. Mithilfe der Eingriffsgrenzenüberwachung, also die Überwachung der Säulewerte, gibt uns die Sicherheit, dass wir nur eine durchgängige Bauteilqualität gewährleisten können. Also so stellen Sie auch sicher, dass jedes Mal wirklich dieselben Einstellungen verwendet werden, damit danach auch die Ergebnisse vergleichbar werden. Genau. Wir konnten mit dem System Dosierenschwankungen feststellen, die wir durch Parameteränderungen und gezählte Investitionen in neuen Stecken und Zylindern beseitigen konnten. Außerdem haben wir sporadische Massepolsterverletzungen festgestellt, die auf eine defekte Rückschrittssperre und falsche Einstellungen der Kompressionswerte zurückzuführen waren. Mithilfe von Authentic sind unsere Ausschusszahlen trotz massiv ansteigender Anforderungen im System bei uns im Unternehmen konstant geblieben oder konnten sogar auch reduziert werden. Wir können Authentic weiterempfehlen, weil Authentic zeigt uns die Prozesse, die gut laufen und welche Ideen halt noch verbesserungswürdig sind.